Glück auf Schatz aus den Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ihr wolltet schon immer so ne geile Facecam in eurem Stream haben? Mit der neuen Eckart der Software ist das überhaupt kein Problem mehr. Wie man das Ganze einstellt und auf was ihr alles achten müsst, das zeige ich euch jetzt. So Leute, wir kommen in meinem Arbeitszimmer bzw. Gamingzimmer. Wie ihr jetzt hier im Hintergrund sehen könnt, ist natürlich ein sogenannter Greenscreen erforderlich. Ohne diesen Hintergrund werdet ihr das Ganze nicht umsetzen können. Wichtig bei diesem Hintergrund ist natürlich, dass er gleichmäßig ausgeleuchtet ist und immer dieselbe Farbe hat. Ansonsten wird es ein großes Problem, das später richtig ausschneiden zu können. Es gibt natürlich dazu auch noch eine Alternative, die ich euch jetzt mal kurz zeige. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist natürlich die Alternative ein sogenannter Blue Screen. Je nachdem, welche Farbe euer Stuhl hat bzw. eure Kleidung, müsst ihr halt den richtigen Hintergrund auswählen. Ein weiteres Problem, was natürlich dazu kommt, ist wie vorhin schon erwähnt, die richtige Ausleuchtung. Dafür gibt es aber auch eine einfache Lösung und ich werde euch jetzt die Lösung mal zeigen. Die Lösung sind sogenannte Softboxen, wie ihr es jetzt hier im Hintergrund sehen könnt. Die Softboxen erzeugen ein Licht, was dem Tageslicht sehr, sehr ähnlich ist. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Glühbirnen mindestens 5500 Kelvin haben. Ich habe mir zur besseren Ausleuchtung natürlich zwei Softboxen gekauft und wie ihr hier sehen könnt, funktioniert das auch richtig gut. Die kleinen Unterschiede im Hintergrund kann man dann ganz einfach mit der Elgato Software noch verändern bzw. entfernen. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Nachdem wir nun wissen, was wir alles benötigen, müssen wir das Ganze natürlich in der Elgato Software einrichten. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Als erstes markiert ihr euch ein beliebiges Fenster, klickt dann auf Szene bearbeiten und über dieses Symbol könnt ihr dann ganz einfach eure Webcam hinzufügen. Habt ihr eure Webcam dann ausgewählt, erhaltet ihr ein weiteres Fenster, was ihr euch dann einfach etwas größer zieht, damit ihr das später besser bearbeiten könnt. Über das Symbol Hintergrund entfernen öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier sollten wir diesen Haken aktivieren und dann habt ihr die Möglichkeit, über Pick Color euch eine Hintergrundfarbe herauszusuchen. Ich empfehle euch, sucht euch eine Farbe, die relativ nah an eurem Körper ist. Über den Toleranzbalken kann man das Ganze noch ein wenig anpassen, so dass der komplette Hintergrund transparent wird. Reichen euch diese Einstellungen nicht, gibt es noch einen Trick. Klickt einfach auf Einstellungen und ihr greift direkt auf eure Webcam zu. Über erweiterte Einstellungen habt ihr dann hier noch weitere Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal am Weißabgleich, wie sich dann meine Facecam verändert. Habt ihr dann eure optimale Einstellung gefunden, klickt ihr einfach auf Speichern. Nun müssen wir noch die Seitenränder entfernen. Dazu klickt ihr einfach auf dieses Symbol und verkleinert eure Facecam, so dass der Rand verschwindet und nur noch der transparente Hintergrund übrig bleibt. Und haben wir das Ganze dann angepasst, ist die Facecam schon fast fertig. Jetzt könnt ihr in der unteren rechten Ecke das Ganze noch von der Größe her anpassen und dann braucht ihr bloß noch den richtigen Platz auszuwählen. Einfach eure Facecam dahin ziehen, wo ihr das wollt und klickt dann einfach nur noch auf Speichern und schon habt ihr eine richtig geile Facecam für euren Stream. So Leute, das war es mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an Elgato, die das Ganze erst wieder ermöglicht haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den Jungs mal auf Facebook und Twitter vorbeischaut. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hälfte und bis zum nächsten Video. Euer Black Almes.